Lasst uns mit einem großen Applaus begrüßen. Eine Truppe, die auf einen Artikel hört. Die! Alle Jahre wieder steht Weihnachten vor der Tür Goldene Zeiten Nicht nur für den Juwelier Menschenmassen drängen sich Durch die Straßen der Stadt Weil man die allerliebsten Zu beschenken hat Welch gute Tat Leise rieselt Geld wie Schnee Aus aller Leute Portemonnaie Und zuletzt lacht der am meisten Flieger O Tannenbaumann zieht dich kaum Geschenke füllen den ganzen Raum Einsam wacht in voller Pracht die stille Nacht Alle Jahre wieder steht Jeder vor einem Problem Es ist die Qual der Wahl Was schenk' ich mir Liebes Christkind Sorg' doch für Eine friedliche Zeit Worum es denn geht Worum es denn geht Einsam wacht in voller Pracht die stille Nacht Ich bin froh Ich bin froh Ich bin froh Alle Jahre wieder steht Keiner den endlosen Treiben Es dürfen sich Leute vom Handel Jetzt die Hände reiben Und so soll es bleiben Leise rieselt Geld wie Schnee Aus aller Leute Portemonnaie Und zuletzt lacht der am meisten Flieger O Tannenbaumann zieht dich kaum Geschenke füllen den ganzen Raum Einsam wacht in voller Pracht die stille Nacht Geschenke füllen den ganzen Raum Auch unserem Publikum gefallen hätte Das gefällt uns auch sehr Mein Aufnahmeleiter Heinz hat gemeint Ihr erinnert ihn im Klang an die Münchner Freiheit Sind das vielleicht Vorbilder Oder habt ihr keine Vorbilder Auf jeden Fall Also sämtliche Vokalgruppen glaube ich Sind für uns große Einflüsse Münchner Freiheit genauso wie die Beach Boys Ja da sind wir beim Deix Weil eure Single Da ist eine entzückende Karikatur Wieder einmal von Manfred Deix drauf Den wir schön grüßen Und auf der CD Sind dann leider nur eure Gesichter Aber dafür gibt es unheimlich viele Titel Das heißt ihr könnt schon Macht ihr in der Besetzung Konzertprogramme? Wir starten im Frühjahr Unsere erste eigene Clubtour durch Österreich Bis dahin sind wir noch im Vorbereiten Aber wir werden groß Wenn wir eben vielstimmig sind Ihr seid aber ganz ganz neu Ja genau Wie kam es denn dazu? Also ich bin neuer wie Pan Das heißt du bist Mach weiter Es kam so dazu Dass ich ein Tonstudio in Oberösterreich habe In unserem Heimatrat Mühlviertel Und es macht Spaß Ihr habt eine Internetadresse Die heißt wie? Die heißt www.die-band.at Gut Ich wünsche euch viel Glück Dankeschön Darf ich mir die kreiden? Auf jeden Fall It's free Mir gefällt der Kleins Der Kleinen Danke für mich Danke sehr Danke sehr Danke sehr Danke sehr Danke sehr Danke sehr